Daran, dass jemand sagt, ist es gut? Ich zähle es bis drei, wenn Sie aufhören, finden Sie es gut. Oder erkennt man es daran, dass es besonders teuer ist? Danke, das macht genau 10.000 Euro. Was gut ist, erkennen Sie daran, wie es sich anfühlt, daran wie es aussieht und wie es schmeckt. Eigentlich wissen wir doch alle ganz genau, was gut für uns ist und auch wo wir es finden. Liebe lohnt sich. Helfen Sie mit, dass Geschwister wie Bebo und Emilia gemeinsam groß werden können. SOS-Kinderdorf.de, habe ich doch richtig gesagt, oder Emilia, hast du? Die Stimmung kann man gar nicht mehr so gut. Geil, mit dem RB1-Ticket-Tocken im ganzen Live-Event im RB1-Land. Lederner, Marc Forster, in der Leicht, wie wir kommen können. Lederner, Marc Forster, in der Leicht, wie wir kommen können. Lederner,rive, April 1,2 seguir. Wir sind gleich bei uns noch. Wir sind gleich bei uns, die auch aufstehen, mit dem Weg, was nicht in der nächsten Nachstunde. Wobei gibt es nur eine Idee, haben wir einen Nachrichten, wird man ja lustig. Schönen Morgen. Schönen Morgen. Das sind die Themen um kurz vor halb acht. War alles legal? Der ehemalige SPD-Gutestagsabgeordnete Darby und sich heute wegen des Besitzens von Kinder-Bornografie von dem Landgericht Pferdenverantworten. Die drohend bis gut zwei Jahre Haft. Aus Griechenland kommt eine Hüfte mit den versprochenen neuen Sparmausnahmen. Danach müssen die Europasen entscheiden, ob sie reichen, um das Hilfsprogramm 400 zu länger. Die Kolodie Bertman oder die unverhoffte Ahnungssuchigkeit der Macht hat den Oscar für den besten Fall bekommen und weitere drei Trauer hinein geheimt. Bei der Gala in Los Angeles wurden auch die jeweils beste Schaufspieler, Julian Nuhr und Eddie Redmayne ausgezeichnet. Alle Gewinner auf die Gala-Heinheit sind vom HSD. Und hier ist der beste Verkehrsbereich. Herr Schwan, schön, guten Morgen! Guten Morgen! Wir haben den Nennung der Kirchhofer Melden, Staus, in Eifel und zurück, Westerwald, Westerwald, durch die Näh- und Eisklette. Matthias, es ist bei dir momentan aus. Wir melden auf der B421 zwischen Anschlag und Grunenburg auf Höhe des Grunenburger Sees. Haftung der Lkw steht genau auf einer Kuppe und ist schlecht zu sehen. Anzeige aber noch nicht aufgestellt. Der Quartier schüttert sich an ein bisschen in Westerwald am Räte. Weiter geht es um die A5 zu Spenden, aber da schnell halten, Richtung Darmstadt, fünf Kilometer. Auf der A13, Königsvorsitzende Park, das zählt mit neun Kilometer, Sitz nach Winko, drei Kilometer, auf der A6 zwischen Fakten Hall und der Rheinböße, Fakten Hall, Richtung Mannheim, die A48 zwischen drei Kultane, Eifel und Ull in Richtung Kugeln, 56 Kilometer, Schneedau, ein Schneedau, auf der A60 zwischen dem Park, da Schnee Eifel und Wittenburg, in Stuttgart, Elchen. Auf der A61 zwischen der Rheinböße, Neuner, zu Park, das Kult, der Weile in Richtung Köln, drei Kilometer Stau, der Kult, hier ein Unfall, hier 66 zwischen Wiesbaden, Fraunstein, Wiesbaden, Mainzerstraße, Richtung Frankfurt, vier Kilometer. Und auf der A565, zu Schmengern, Nord und Bonn, hinterlichen Richtung Bonn, hier stockt es auf, fünf Kilometer. Weiter geht's mit dem Mainzer Ring, der A60, hier steht ihr mittlerweile, so schau ich mal gerade, in der richtigen Seite, auf der A1-HWM, hier steht ihr im Moment ab Heidelheim bis zur Weisdau, Brücke, hier ist insgesamt 14 Kilometer Stau, außerdem Probleme natürlich auf der A63, hier stockt es ab Niederholz-Nord, bis zum Kreuz, Main-Süd, Probleme gibt es auch in der Pariser Straße, der B40, und vor uns um die Theodor-Heuss-Brücke. Ein aktueller Blister steht auf der A61, um das Richtung Köln vor der Rosenthalbrücke, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, auch heute leider wieder ein sehr verregnischer Tag, ich glaube es ist eine sehr regnerische Woche, deswegen packt euch gut ein, nehmt den Regenschirm mit, denn es wird Nacht heute bei uns in Rheiner, falls es auch öfter mal Schnee und Schneeregen mit dabei, und glatt ist uns ein bisschen auf den Strang, also seid ihr heute Morgen vor 1,5 Uhr, richtig unterwegs, das alles bei Max 2,7 Grad, heute bei euch noch vor der Freisdau ein, im Bergland ist die Kühler dort nur die 4 Grad, und auch morgen und am Mittwoch bleibt es genauso bewölkt, und es ist leider auch ein bisschen verregnet. Guten Morgen, gleich 7.33 Uhr, und in 10 Minuten sind wir bei uns, Rheinland-Pfalz hat viele Probleme, und das sind nicht nur in Mainz, wo noch, wir sagen es euch gleich, bei Secretary Corolla überhängt es vor, schönen guten Morgen. Morgen. Auf Wiedersehen.